Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Okay, wir haben jetzt hier die Drasine zugähnlich fertig gebaut. Und jetzt sollte das eigentlich alles passen. Ja, müsste funktionieren. Aha. Kann ich die jetzt... Also kann ich mich da jetzt draufstellen und fahren? Irgendwie? Oder muss ich jetzt jemanden herholen? Jetzt bin ich hier unten. Alter! Scheiße! Ich... Wird der jetzt... Achso. Wen hole ich denn da jetzt am besten? So. Ob der was damit zu tun hat? Oh, will I ever get any peace? Absolut nicht. Und ich würde es echt begrüßen, wenn du mir nicht so im Wick rumstehen würdest. Alter, Herr Gefalter. Ich würde es mir jetzt... Oh, Herrgott. Also ich würde schon sagen, das ist etwas nervig. So. Wie komme ich denn jetzt noch mal in meine Analyse rein? Und jetzt? Warte mal. Das ist doch jetzt alles zusammengebaut, so. Mhm. Ah, okay. Ich hätte nur die Pfeife benutzen müssen. Watson, ich glaube, dass wir eine exakte Replication haben, der Train, die in fronten uns vorgelegt hat. Die Krimine-Mind kann man sehr inventive sein. Ich bin etwas in Awe. So, so eine Sache ist möglich. Wenn jemand zu all den Problemen zu entwickeln, diese Fake Train, dann wird es sicher mit der Intention von Stealing der Realen. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Da kam jetzt aber nichts dazu. Das hier kam nie in Chesterfield an. Äh, okay. Achso. Wo sind denn jetzt, ähm, meine Sachen müssten? Ich würd sagen, nach Yves Schilm müssten wir jetzt. Da sind, glaub ich, die Koffer noch. Wo immer in dieser wackeligen Kutsche unterwegs zu sein, ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. Die quietscht überall, die klappert die ganze Zeit nur und ich weiß auch nicht, ob das damals so unglaublich gemütlich war, lange in sowas zu reisen. Zumindest sieht diese Kutsche nicht so sonderlich gemütlich aus. Aber von Reichen und so war die wahrscheinlich auch wesentlich besser gepolstert und komfortabler. Perfekt, wir sind eingekommen. Ähm. Jetzt müsste ich nur wissen, wo ich meine Koffer gelassen hab. Ne, wo stehen die Koffer denn? Achso, die sind hinten. Ne, das ist nicht meine. Hä? Ach, da, nach alten Karten suchen. Ähm. Äh, warte, lass mal sehen. Da ist ein großer See. Das hier ist ein Nottingham. Achso, es geht noch weiter nach oben. Ah, da ist der See. Da ist der See. Voll böse. So. Ja. Da ist es. Da ist ein Stück von derrière. Es ist ein Stück von Briddlington und Chesterfield. Es ist eine größte Station von Briddlington und Chesterfield. Es ist eine größte Station zu besitzen. Es ist zwischen Chesterfield und Evesham. Und es sollte eine Rückstelle relación über die Kvarie zu der Kvarie. Es ist ein kleiner Stück von einem Anhang auf der Kvarie zu Ende der Evesham. Ähm. This suitcase contains my archives. Mal schauen, ob wir den Zug finden. Ah, jetzt habe ich meine Uhr weggedrückt, das nicht so cool ist. Weil ich brauche das hier, um zu wissen, wie lange ich aufnehme. Ach, hier ist das Gleis, das... Äh, Mine. Okay, es funktioniert noch. Also könnte der Zug hier umgeleitet worden sein. Ah, blöd, dass Züge halt, äh, keine, naja... Keine Spuren hinterlassen, weil die ja auf Schienen fahren. Also man weiß nicht wirklich, ob da jemand jetzt... Ob da ein Zug entlang gefahren ist oder nicht. Kann ich hier sonst noch irgendwie was... Was ist das für ein Weg? Führt in dieselbe Richtung wie das Gleis. Okay. Ach, Mann. Ach, da ist noch so ein Bahnhof, richtig. Hm. Warte mal. Ich kann mit dem reden? Mit dem Kutscher? Naja, das sieht nicht so freundlich aus. Nee, kann ich wohl doch nicht. Okay, wir haben festgestellt, dass das hier... ...noch bewegsam ist. Ansonsten... Hm. Okay, gehen wir erstmal weiter... ...zum Bahnhof. Aber das hier ist... ...noch gar nicht abgehakt, gell? So das Nebengleis... ...das bei der Eisenbahnwache beginnt... ...und das Nebengleis... ...zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield... ...zum Steinbruch führt. Da bin ich jetzt. Also habe ich hier irgendwas... ...ach, vielleicht muss ich mir das Schild da anschauen. Ich meine, in so einer alten Mine. In so einer alten Mine könnte man theoretisch einen zuverstecken. Ah, ich kann jetzt auch zu den Minen gehen. Dann würde ich sagen, gehen wir zuerst zu den Minen. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den da hingelenkt haben. Wenn die Mine nicht mehr genutzt wird und leer steht, geht da auch nie jemand hin. ...oder selten, höchstens so ganz durchgeknallte... ...äh, ich weiß nicht... ...Fotografen oder ich... ...keine Ahnung, wer da so hingeht. Oh, ich muss jetzt mal was trinken. Diese blöde Erkältung und diese blöden Halsschmerzen... ...das ist so anstrengend und so ätzend und so nervig. So, dann schauen wir uns die Mine an. Oh! Aber hier ist auf jeden Fall schon mal kein Zug. Und der Weg... Was sind das? Okay. Und das sagt uns... ...was? ...eingestützte Mine, Steinhaufen, Päckchen. Ja, und? Hey! Achso! Sägemehl. Was? Och, nee, bitte nicht. Äh, zielen... Ah, ja, okay. Zielen wir mal. Und schieben. Okay, das war's schon mal daneben. Jawoll! Wow! Mhm. Ich würde sagen... ...die Mine wurde gesprengt. Zug versteckt. Ja, okay. Ich hab's noch gar nicht gelesen. Entschuldigt bitte. Ähm... Die Mine ist eingeschossen und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Und jemand wollte sie vor sich im Sturz bringen. Verschwand früher. Der Zug kam nie in Ashwilham an. Er verschwand bereits vorher. Selbst hat jemand den Zug, äh, Attrape eingesetzt? Ja, klar. Okay, verschwand früher. Aber ich glaub, da fehlen noch Hinweise. Ich hab ja auch noch ein paar Orte, die ich besuchen muss. Abgeschlossen. Untersuchen Sie das Nebengleis. Untersuchen Sie das Nebengleis. Untersuchen Sie die Mine und finden Sie heraus, dass wir da verstecken können. Hm? Sonst hier noch irgendwie was? Was haben wir hier denn sonst noch? Ist das ein anderer Mineneingang? Irgendwas ist da drinne. Ich kann es zumindest hören. So, was können wir hier uns denn noch so ansehen? Ah! Hier können wir rein. Mit Teigkiste untersuchen. Wahrscheinlich wieder mit so einem Drehdings. Ja, ich wusste es. Ähm, na gut. So. Ah, Mist. Jupp. Perfekt. Was haben wir hier? Dokument nehmen. Die mexikanische Firma Caracal und die chileische Barcasas wollen beide die Minden kaufen. Ich brauche mehr Informationen. Vielleicht kann es Mycroft helfen. Wer war denn nochmal Mycroft? Neue Sicherheitshinweise. Neue Sicherheitshinweise. Sicherheitspersonal. Versicherungsschein für Prototyp. Okay. Ähm, hiermit informieren wir sie darüber, dass die Barcasas-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ähm, ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter des Caracal-Konsortiums mehr die Anlage betreten. Der vorläufige Kaufvertrag wurde annulliert. Setzen Sie diese neuen Vorschriften um, geben Sie aber die Informationen nicht weiter, da Sie vertraulich sind. Äh, verwenden Sie einen Telegraphen, um mehr über die Firma Weir-Call herauszufinden. Wow, ich habe noch einiges zu tun für diesen Fall. Es könnte noch eine Weile dauern. Hier scheint nichts drin zu sein. Das hört sich fast so an, als wäre da irgendjemand drinne. Na gut. Ich glaube, wir haben hier... Ja, untersuchen Sie... Gut. Die Minen. Gehen wir jetzt... Warte. Hier zum Bahnhof noch hin. Den mal untersuchen. Ich sollte alle Hinweise mitnehmen, die ich kann. Damit mir das am Schluss die Entscheidung etwas abnimmt oder erleichtert. Obwohl ich mir wieder nicht sicher bin, ob ich mich für das Richtige entscheiden werde. Ich weiß nicht, also so richtig krass kombinieren in meinem Kopf kann ich nicht. Aber ich glaube auch immer an das Gute im Menschen. Naja. Äh, Donchester. Wow, was für Musik die hier gewählt hat. Ich würde gerne hier rein. Sau gerne. Okay, was ist das für einer? Ja, das... Das fand ich auch, dass er etwas nervös aussieht. Pferderennmagazine. 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 Hördeln, Steeplechase und Flatracing. Er ist ein wahrer Enthusiast, Holmes. Mhm. Wettscheinpferden. Oh je. Wer wettet denn bitte auf Pferde? Hart. Wenn man sein ganzes Geld beim Glücksspiel verliert. Äh, ich glaube, das ist eine Sucht. Ah, Mycroft kontaktieren. Interessant. Äh, Firma Weacol. Es gibt zwei Firmen. Bar Casas aus Chile und Casal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Minen der Firma Weacol kaufen. Das mexikanische Carazal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Bar Casas Gruppe, mit Hilfe ihrer einflussreichen Verbündung, den Zuschlag für den Kauf der Minen zu sichern. Schilen, die zu den Minen führen. Okay. Das passt schon mal nicht. Dann Weacol und die Chi-Mexikaner gegen die Chile. Was haben wir hier? Kein Kroll, die Mexikaner hegen. Kein Kroll gegen die Chile. Und Geschäft ist Geschäft. Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Zug versteckt. Okay, das macht wohl keinen Sinn mehr. Also ich glaube nicht, dass er Chile das aber mit dem Zug versteckt und so. Das ist noch ein bisschen... Das ist mir noch ein bisschen schwammig. Na gut. Es wäre jetzt schön zu wissen, ob man herausfinden kann, wann die denn entfernt wurden. Also die Schrauben, die Schienen vor dem... Vor der Mine. Wo ist denn der komische Fritzke da jetzt eigentlich hingerannt? Was? Untersuchen? Ei, ei, ei. Drehen sie... Ach, ich hasse das. Das habe ich schon das letzte Mal nicht so gemocht. Diese scheiß Dreherei hier. Hey. Was ist denn? Was ist denn? Die kann ich nur noch nicht so nach... Ist doch behindert. Oh, ich hasse das. Das überspringe ich jetzt. Das ist mir zu blöd. A greenish-brown cigar with a strong aroma. A hint of... Peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson. I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent. A Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Okay, sehr schön. Dann gucken wir uns jetzt hier noch schnell um. Verbrannte Stück Papier. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma. A hint of... Peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Riccardo brand of Mexican cigar spent several long days at Donkast's station. And this is not as much as we can. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. All right. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Okay, ähm... Wir sind jetzt schon ziemlich weit. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt hier wieder Schluss machen. Ich habe schon wieder überzogen, als ich eigentlich wollte. Und bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber... Ich würde sagen, vielleicht noch eine halbe Stunde, Stunde der Fall. Und dann dürfte der auch gelöst sein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi!